Oh man, Freunde, ich sitz schon den ganzen Tag auf dem Sofa und ich hab echt keine Ahnung, was ich machen soll. Jetzt irgendwas zu zocken, macht mir irgendwie auch keinen Spaß. Äh, aber warte mal, habt ihr das auch gehört? Da hat irgendwas geklingelt. Ich geh schnell hoch, Freunde, und, äh, ich seh da schon was. Oh man, Freunde, wer erwartet mich da? Ucri, 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 let's go. Äh, wer bist denn du? Hier ist Posty, die Post ist da. Posty? Okay, wie siehst du denn aus? Äh, ja, was ist denn los? Wo ist die Post? Du hast eine riesengroße Post bestellt. Ich eine riesengroße Post bestellt? Äh, ist das die Kiste dort? Ja, ganz genau. Das ist aber gefährliche Post, also pass auf. Gefährliche Post? Äh, okay, was ist da drin? Okay, ich muss wieder los und meinen Job erledigen. Tschüss. Äh, okay, tschüss Posty. Äh, Freunde, was ging hier bitte sehr gerade ab? Und was steht dort bitte sehr? Extrem gefährlich, nicht öffnen? Oh man, wer hat mir bitte sehr so eine Post zugeschickt? Und der wollte mir nicht mal sagen, was da drin ist. Okay, äh, was mache ich jetzt, Freunde? Okay, Freunde, ich habe eine Idee. Lasst jetzt innerhalb der nächsten drei Sekunden ein Like und ein Abo da, damit ich mich traue, diese komische Post zu öffnen. Okay, drei, zwei, eins und null. Oh, es haben genügend Leute abonniert und geliked. Also, ich werde jetzt mal reinschauen. Aber eigentlich traue ich mich gar nicht. Egal, ich tue es trotzdem. Oh, zack. Was ist das bitte sehr, Freunde? Wow, wir haben hier so viele TNT-Sorten drin. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Normalerweise kennen wir nur ein TNT, aber da sind so viele verschiedene drin. Und hier gibt es sogar ein Nuklear-TNT ganz am Ende. Wer auch immer mir das zugesendet hat, was soll ich damit anstellen? Hm? Wir könnten es vielleicht austesten, Freunde. Ich meine, das wird bestimmt niemandem auffallen. Aber davor gehe ich zu Uri und sage ihm ganz schnell Bescheid, Freunde. Uri, 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 bist du zu Hause? Darf ich die Tür aufmachen? Wer ist denn dort am Morgen an meiner Tür? Oh, Simlaki. Hey, Uri, weißt du was? Ich habe was ganz komisches zugeschickt bekommen. Ich weiß selber nicht, was das ist. Willst du es dir mal angucken? Ja, natürlich. Komm, zeig her. Aber sag mir bitte nicht, das ist eine Menge, Menge Süßigkeiten. Ähm, nein, du weißt doch ganz genau, ich esse keine Süßigkeiten. Ich habe in letzter Zeit Wert auf meine Ernährung gelegt. Ich würde sowas niemals machen. Das ist was ganz anderes, nämlich eine extrem gefährliche Kiste. Okay, was ist da drin? Oh, warte mal, was soll das denn sein? Ist das TNT? Eine Menge TNT hast du nicht gesehen. Was für TNT das ist? Hüpfendes TNT, Kürbisbombe, ich habe keine Ahnung, was das ist. Und sogar ein nukleares TNT. Uri, sollen wir das alles gleich testen? Ja, natürlich, Simlaki, komm schon, wir fangen direkt an. Okay, Freunde, ihr habt es gehört. Simlaki, schau dir das mal an. Hier vorne ist dieses eine Schiff, das hier immer strandet. Ja, ich sehe es. Und weißt du was, wenn das hier strandet und es niemand mehr braucht, dann könnten wir es ja in die Luft sprengen. Ja, genau, ich habe ein Feuerzeug in der Hand und du hast das TNT. Also, lass uns direkt anfangen. Okay, ich nehme das erste TNT und das ist ein hüpfendes TNT. Mal schauen, was das anstellt. Ein hüpfendes TNT, was soll das denn sein? Denkst du, das hüpft so hoch und runter? Ja, ich weiß es auch nicht, schau mal da unten. Egal, zünd es jetzt sofort an. Let's go. Äh, warte, was, das hüpft ja wirklich, wir müssen hier schnell weg. Wow. Wow. Oh nein, oh nein, woher wird es das? Ey, das freut mich, okay. Oh man, ich muss hier schnell weg. Oh, okay, okay, perfekt. Äh, warte mal, dann explodiert das überhaupt. Äh, weiß ich auch nicht, das hüpft jetzt einfach nur. Denkst du, das explodiert gar nicht mehr? Okay, das TNT war wirklich komisch. Egal, das Schiffswrack ist noch immer nicht weggesprengt. Ich glaube, wir müssen das zweite TNT rausholen. Ja, du hast recht, das ist irgendwo hier unter Wasser explodiert und einfach nichts ist passiert. Okay, und das nächste TNT ist die Kürbisbombe. Genau, die Kürbisbombe. Jetzt bin ich gespannt, aber lass uns diesmal wirklich schnell wegrennen. Okay, ganz schnell und zack. Okay, und der Kaffee. Perfekt, jetzt schnell weg hier. Wow, wow, wow. Okay, was wird jetzt passieren? Äh, äh. Was ist denn jetzt diesmal passiert? Äh, warte mal. Süßigkeiten. Wow, wir haben ganz viele Süßigkeiten bekommen. Das ist eine Halloween-Bombe. Wie cool ist das denn? Bitte sehr, und die können wir sogar essen. Lecker, 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 lecker. Okay, das nächste TNT, Simlaki. Du musst es rausholen. Okay, es ist das TNT-Feuerwerk. Okay, jetzt bin ich gespannt, was jetzt passieren wird. Wow. Oh, rein, weg, renn. Ah, was passiert, ihr Freunde? Wow, wow, wow. Nein, nein, es passiert schon nicht. Oh, wow. Das war knapp. Okay, hast du es überlebt? Ja, ich bin so gut ausgewichen. Ja, ich auch. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Aber das hat auf jeden Fall einen sehr großen Schaden angerichtet. Schau dir das mal an. Also, das war einer der ersten TNTs. Und schau, was wir doch im Inventar alles haben. Ey, ich bin so gespannt, das alles auszutesten. Ich auch. Okay, ich würde sagen, wir machen deswegen genau weiter mit dem nächsten. Und zwar ist das Spirale-TNT. Was das ist, weiß ich nicht. Egal, wir testen es aus. Spirales TNT und zack. Wow, nein, es liegt schon wieder in Luft. Das ist kein gutes Zeichen, Okri, du weißt ganz genau, was gerade passiert ist. Wow, was passiert hier? Ah, okay. Und das geht noch viel weiter. Meine Güte, Okri, wir machen sofort weiter, okay? Wir haben einfach schon die halbe Map verstört. Ey, lass uns ehrlich aufpassen. Ich habe keine Ahnung, was ist das hier überhaupt? Nuklear-TNT? Ja, das habe ich auch gesehen. Aber das testen wir erst ganz am Ende. Das will ich auf jeden Fall sehen. Naja, wir machen jetzt weiter mit dem Osterei. Mal gucken, was das anstellt. Osterei? Du weißt doch ganz genau, bald ist Ostern. Also, zack. Oh, ich hoffe, das gibt es nicht richtig. Let's go. Lass uns schnell wegrennen. Und was wird passieren? Und... Äh, was passiert hier? Äh, Kürbis, Melon und... Nochmal Kürbis, Melon. Äh, da kommt immer mehr, Okri. Wow. Ich sehe es. Äh, das kann nicht wahr sein. Warum kommen hier so viele Kürbis und Melonen? Wow. Geht hier ab, Alter. Alter, Alter, Alter. Äh, das war eine große Explosion. Schaut ihr das mal an. Okri, ich glaube, Kurt kommen wir da jetzt nicht mehr davon. Die Polizei wird uns verhaften. Ja, ganz genau. Hier vorne ist ein Gefängnis. Ich glaube, wir müssen was machen mit dem Gefängnis, damit wir nicht verhaftet werden. Du weißt ganz genau, wenn es kein Gefängnis gibt, dann können wir auch nicht verhaftet werden. Junge, Junge, ist hier viel explodiert. Egal. Wir machen jetzt weiter und zerstören mal das Gefängnis, damit wir hier nicht inhaftiert werden. Und wir machen weiter mit dem bruchsteinsicheren TNT. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich zünde es einfach mal an. Okay, also bruchsteinsicheres TNT. Ich habe das Gefühl, es wird dann noch sicherer, das Gefängnis, und wir kommen gar nicht mehr raus. Egal, ich zünde es einfach mal an und ab. Ich weiß es nicht, Uri. Wir werden es ja erst erfahren. Und was wird passieren? Äh, äh. Oh, das wird ein bisschen schwieriger. Okay, genau, hier in der Mütze. Und jetzt bist du ein paar dran. Okay, okay, okay. Und abhauen. Oh Mann, komm schon, schaffen wir es aus. Wow, was ist das denn bitte sehr, Uri? Alter, Alter. Nein, das hangelt jetzt runter, Uri. Schnell verstecken. Oh nein, oh nein. Ah, nein, das kann nicht wahr sein. Oh, Uri. Ich glaube, diesmal hat das nicht so gut geklappt. Ich glaube, das war bis jetzt das heftigste TNT. Zum Glück habe ich mich versteckt. Oh, Uri, da bist du ja wieder. Also, das Oster-TNT war bisher das coolste auf jeden Fall. Aber schau es dir an. Wir müssen das Gefängnis weiter zerstören. Das ist noch ganz. Oh, ja, ich sehe es. Ähm, ich glaube, das ist nicht mehr so ganz, Uri. Wir haben hier schon wirklich viel zerstört. Aber die Hälfte steht noch. Das heißt, wir benutzen jetzt das nächste TNT. Und das ist das invertierte TNT. Okay, jetzt bin ich gespannt, was das anstellen wird. Okay, komm schon. Simlaki, zünde es endlich. Platzieren, platzieren, platzieren. Okay, und bist du ready? Jo. Oh, okay, wir müssen wieder wegrennen. Das TNT war umgedreht. Siehst du das? Ja, ich habe es gesehen. Deswegen hieß es ja auch invertiertes TNT. Äh, Uri, was ist denn jetzt hier bitte sehr passiert? Wow, das ist wirklich TNT. Nur die Sprengung ist andersrum. Äh, warte mal. Hat es einfach unten explodiert? Und dann ist einfach der Stein von unten nach oben geflogen? Äh, ja, ich glaube, ungefähr so. Wie genau, weiß ich selber nicht. Ähm, naja, lass uns doch direkt weitermachen mit dem Nächsten. Ähm, und das ist das Butter-TNT. Okay, das habe ich selten gehört, Freunde. Egal, wir werden nicht sehen, was das anstellen wird. Und zack, hier mache ich es hin. Oh, Mann, schau es dir an. Das ist irgendwie auch ein bisschen vergoldet. Egal, lass uns das anzünden. Äh, warte, warum zählst du es sofort an? Nein, ich muss hier schnell weg. Was wird jetzt hier passieren? Und, äh, wow. Wow, wir sind reich, wir sind reich, wir sind reich. Ey, das ist ja sowas von cool. Lass uns weiter machen, weißt du was? Ich will das coolste TNT sehen. Ja, ich auch. Dem TNT gebe ich aber auf jeden Fall ein, ähm, sieben von zehn Punkten. Und weiter geht's, weiter geht's. Okay, ich mache weiter mit dem Tunnel-TNT. Ich glaube, das wird ein Tunnel anschaffen, aber genau weiß ich es nicht. Also, ich platziere es mal hier vorne. Okay, wir machen einen richtig coolen Tunnel, damit wir vom Gefängnis ausbrechen können. Also, und zack, perfekt. Okay, und jetzt müssen wir noch schnell abhauen. Komm schon, komm schon, komm schon. Wow, äh, das war knapp, Ucri. Äh, äh. Jetzt ist hier wirklich ein Tunnel. Junge, ey, ist der Maki, auf damit. Oh, schau es dir an, wir haben einfach einen Riesentunnel erschaffen. Okay, komm schon, komm schon, ich will das nächste TNT sehen. Ja, genau, ich auch. Und das ist der Luftschlag. Jetzt bin ich gespannt, was passieren wird. Okay, wir platzieren das genau hier vorne, denn wir wollen das ganze Gefängnis zerstellen. Zack, und jetzt kannst du es anzünden. Da steht irgendwie ein A und ein S auf und es ist so dunkelrot. Das sieht so richtig gefährlich aus. Und drauf, da. Okay, perfekt, wir haben es angezündet. Wow, was wird jetzt passieren? Ich glaube, wir sollten uns hier unten verstecken. Aber da oben sind wir im Lacken. Hey, was passiert denn, Freunde? Wow, wow, wow. Nein, das ist gar nicht wahr sein. Okay, wir müssen hier schnell weg. Wow. Für viele Raketen kommt er runter. Okay, du musst ausweichen, du musst ausweichen. Du weißt ganz genau, wir müssen ausweichen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber das hört gar nicht mehr auf. Oh nein, das ist gar nicht gut. Wir haben es überhaupt geschafft, noch kein Leben zu verlieren. Und, äh. Perfekt. Ich bin allen Raketen ausgewichen, Freunde. Und ich glaube, das war wirklich bisher das heftigste TNT. Alter, schau es dir an, Simlack. Wir haben das ganze Gefängnis zerstört. Ja, genau. Also, ich glaube, wir sollten schnell abhauen. Okay, lass uns abhauen. Sonst werden wir noch von der Polizei erwischt. Aber die können uns hier eh nichts für jetzt einsperren. Und, Freunde, schreibt mal unbedingt in die Kommentare, welches TNT ihr bisher am coolsten fandet. Ich fand dieses am coolsten. Naja, äh. Stopp mal kurz. Uri, siehst du, was da vorne ist? Ja, das ist doch die Bank, die unser ganzes Geld abgezogen hat. Das Finanzamt hat uns doch abgezogen. Ja, genau. Diese blöde Bank. Die hat uns unser ganzes Geld geklaut. Weißt du was? Jetzt werden wir das ihr zurückzahlen. Ja, ganz genau. Und das nächste TNT ist das? X-Ray TNT. Okay. Was ist das? Warte mal, aber so, Mackie, das macht gar keinen Sinn. Lass uns das X-Ray TNT lieber benutzen. Weißt du, was X-Ray ist? Was ist, dass du alle Diamanten und alles sehen kannst? Lass uns das lieber benutzen, damit wir die ganzen Ärzte finden. Oh, äh, da hast du recht. Dann lass uns das irgendwo hier zünden und die Bank zerstören wir gleich. Ähm, warte mal. Am besten genau hier vorne. Das ist einfach so ein Glas. Wie cool sieht das denn bitte sehr aus? Warte mal, siehst du das? Wir können einfach da durchschauen, hä? Wow, ich sieh's auch. Wir können einfach da durchschauen. Und was wird passieren, wenn wir es anzünden? Komm, wir probieren es und zack. Perfekt, Uri. Wir haben es angezündet. Rennen lieber schnell weg, Uri. Ja, ich renn ja schon. Ich renn ja schon. Oh Mann. Okay, was wird passieren? Und, äh, wow. Äh, Uri, siehst du das auch? Alles hat sich zu Glas verwandelt. Warte mal, siehst du das auch? Hier sind nur Erze zu sehen. Aber irgendwie nur Kohle und, äh, Eisen. Okay, wir sind doch bei dir. Wir müssen die, äh, wir müssen die Bank doch zerstören. Wir müssen das CT irgendwo weiter unten zerstören. Aber das ist ja echt cool. Wir können jetzt einfach die ganzen Erze sehen. Und das ganze Cobblestone und sogar die Bäume wurden zu Glas verwandelt. Oh Mann, oh Mann. Okay, also dann würde ich sagen, lass uns die Bank zerstören. Die soll unser Geld zurückgeben. Okay, und weil wir gerne Diamanten haben, Uri, müssen wir jetzt die Bank in die Luft sprengen. Und das machen wir mit dem nächsten TNT. Das Timer TNT. Das Timer TNT, was soll das denn anstellen? Äh, weiß ich auch nicht. Egal, lass es uns austesten. Okay, und hier habe ich es platziert. Und jetzt zünden wir es an. Aber lass uns schnell wegrennen. Oh, tsch, tsch, tsch. Schnell wegrennen, Uri. Äh, warum wird es gerade dunkel? Äh, stimmt. Äh, warte mal. Kann das sein, dass die Zeit irgendwie schneller vergeht? Äh, das könnte wirklich sein. Schau dir das an. Das geht wirklich schnell. Es wirkt schon dunkel, Uri. Oh Mann, oh Mann. Okay, aber warum explodiert das TNT denn nicht? Weiß ich auch nicht. Äh, kommst du an TNT, explodier jetzt. Okay, lass uns einfach so lange das nächste TNT zählen. Wow. Äh, okay, Uri. Ich glaube, jetzt hat es geklappt. Äh, das Timer TNT ist echt komisch. Ja, ist es. Und die Zeit ist irgendwie schnell vergangen. Jetzt ist die Sonne einfach schon unten. Egal, komm schon. Das nächste TNT. Die Bank ist doch nicht komplett kaputt. Okay, wir machen jetzt weiter mit dem zumüllenden TNT. Okay, das ist echt komisch. Egal, wie zünden das eine. Und hier, schnell weg hier. Wow. Äh, Uri, was passiert hier? Hier wird ja wirklich alles zugemüllt. Raus hier, raus hier, raus hier. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh. Wow. Äh, okay, hier ist jetzt ganz, ganz viel Dirt. Uri, ich schmeiß das jetzt mal weg und lass uns hier weggehen. Denn hier ist viel zu viel Dirt. Oh, Mann, ich hasse Dirt. Dirt ist einfach nicht nützlich. Genau, Dirt ist das Schlechteste, was es gibt. Und, äh, da sind unsere Häuser. Das heißt, wir müssen schnell woanders hin. Und jetzt sind wir das kompakte TNT. Jetzt bin ich gespannt. Das ist ein normales TNT, nur richtig dunkel. Und zack, let's go. Okay, was passiert jetzt? Simlaki, ich bin gespannt. Lass uns abhauen. Okay, schnell weg. Wow, äh, okay. Das hat alles noch geschmeckt. Das ist normal, TNT, Uri. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Oh, nein, oh, wow. Äh, okay, das war knapp, Uri. Und hat es eine Riesenexplosion da gelassen. Ja, aber wir hatten auf jeden Fall schon krassere TNTs. Das TNT hat irgendwie so ganz, ganz viele andere TNTs platziert. Deswegen hieß es auch kompaktes TNT. Okay, lass uns weiter machen. Das Höllenfeuer-TNT, was wird das verursachen? Warte mal, Simlaki. Okay, ich zünde es an in 3, 2, 1 und zack. Let's go. Wow, siehst du diese Animation? Dort, es kommen ganz viele Partikel raus. Oh, stimmt. Ey, welche Feuerpartikel? Was passiert jetzt? Ich glaube, das... Ich weiß es nicht. Und, äh, wow, äh, Uri. Ich glaube, du hättest ein bisschen weiter weg gehen sollen. Irgendwie habe ich das noch überlebt. Schaut euch das an. Deswegen hieß es Höllenfeuer-TNT. Uri, bist du wieder da? Oh, Mann, warum habe ich nicht überlebt? Aber du schon? Ich weiß es selber nicht. Egal, ich hatte Glück. Okay, wir machen weiter mit dem nächsten TNT. Und das ist das Schwerkraft-TNT. Das Schwerkraft-TNT? Was soll das denn sein? Okay, platziert es. Ich zünde es an. Okay, wir werden es jetzt erfahren. Und zünde es an. Let's go. Rett, 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 rett. Äh, irgendwie passiert da nichts, Uri. Und warte, was ist denn jetzt? Wow. Oh, nein, Freunde. Wir müssen schnell ein MLG machen. Werden wir es schaffen. Und, äh, warte mal, hä? Was passiert hier, Freunde? Ich stehe die Asse nach oben. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Uri, werde ich es schaffen. Und, äh, let's go. Ich habe es geschafft. Geschafft? Wie stark von dir ist ein Lucky? Irgendwie war ich so schwer für die Schwerkraft. Ich bin einfach nicht nach oben geflogen. Oh, äh, diesmal hattest du Glück, Uri. Okay, okay, wir machen weiter mit dem nächsten. Und das sollte das gefrorene TNT sein. Wow, was wird denn jetzt passieren? Okay, aber rennen weg, rennen im Gegenweg. Ich glaube, das ist richtig schlimm. Ja, das glaube ich auch. Äh, ja, äh, das war jetzt nicht so schlimm. Hier ist einfach nur alles gefroren, Uri. Schaut dir das einfach mal an. Wir können Eis laufen. Wow, Eis laufen. Aber wir haben keinen Winter mehr, Simlucky. Also zünd das nächste TNT. Okay, Freunde. Wir machen jetzt weiter mit dem nächsten TNT. Und wir nähern uns langsam an den Schluss. Das heißt, jetzt kommen die Gefährlichen. Und wir fangen an mit dem reagierenden TNT. Da bin ich jetzt gespannt, was passieren wird. Okay, zünden wir es an. Aber, ey, warte mal. Wir müssen aufpassen. Der arme Hund. Der muss auch abhauen. Egal, lass ihn in Ruhe, Uri. Wir können ihn nicht mehr retten. Und was wird jetzt passieren? Wow, was passiert hier? Okay, entferne dich das, sonst gehst du drauf. Äh, au. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Immer passiert das mit dir. Mich hat das Unglück noch kein einziges Mal getroffen. Naja, habt ihr das gesehen? Dieses TNT war ja ultra heftig. Wow, wie viel hat das weggespringt? Ich hab das doch gar nicht gesehen. Lass uns direkt das nächste zünden. Okay, ich bin gespannt. Und jetzt machen wir weiter mit dem Meteoritenschauer. Let's go. Meteoritenschauer? Was soll das denn sein? Okay, lass uns das anschauen. Äh, warte mal. Ich bin hier reingefallen. Okay, ich muss hier schnell weg. Hier wird gleich alles explodieren. Oh, schnell weg hier. Äh, warte mal. Hier explodiert ja gar nicht. Was passiert denn jetzt? Ich schaue über dir. Wow, wie viele Meteoriten sind das bitte sehr? Oh nein, ich muss hier schnell weg. Oh, okay. Wir müssen Sicherheit prägen. Das kann doch nicht wahr sein. Wie viele sind das? Okay, renn weg, renn weg, renn weg. Hier durchs Wasser und zack. Perfekt, Uckri. Und es darf auf keinen Fall so ein Meteoriten treffen. Oh nein, da kommen richtig viele runter, Uckri. Wir müssen uns hier verstecken. Wow. Oh nein, Uckri. Das hört ja gar nicht mehr auf. Ja, das hört wirklich gar nicht mehr auf. Wie viele sind das bitte sehr? Und die richten wirklich enorm großen Schaden an. Ich glaube, das ist eins der coolsten TNTs. Also damit kann man auf jeden Fall eine Stadt auslöschen. Egal, lass uns das nächste zünden. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Und wir machen jetzt weiter mit dem Wither-Skelett-Kopf-TNT. Oder wie auch immer das heißt, ausdörendes TNT. Oh nein. Und let's go, Uckri, jetzt bist du dran. Hoffentlich werden wir jetzt nicht ganz viel Wither-Skelett gespawnt. Da kommen ganz viele Wither, ganz große Wither heraus. Ja, das könnte sein. Aber ich hoffe es mal nicht. Und was wird passiert? Wow. Äh, einfach eine Wither-Biom ist gespawnt. Wither-Biom? Das habe ich ja noch nie gehört. Ganz viel Seelensand. Oh, das ist ja mal cool. Okay, wir machen weiter mit dem nächsten und das ist das Multiplizierende TNT. Da bin ich jetzt gespannt. Ein gelbes TNT. Okay, mal zünden. Gelb ist auf jeden Fall eine hässliche Farbe. So eigentlich so, wie es ist. Äh, Uckri, deine Haare sind gelb. Äh, es stimmt. Oh, das war doch Spaß natürlich nicht. Äh, und wow, was passiert hier? Das TNT multipliziert sich. Uckri, wir müssen schnell abbauen. Äh, es ist gar nicht explodiert. Oh, das multipliziert sich immer öfter, Uckri. Was passiert hier? Wow. Oh nein, Uckri. Wir müssen hier schnell weg. Das kann nicht wahr sein, Uckri. Stehenbleiben, einfach stehenbleiben. Bitte stehenbleiben. Au, okay. Nochmal Glück gehabt. Ich weiß es nicht, wie mich kein TNT getroffen hat. Aber ich glaube, vom Flächenschaden war das mit jetzt das Heftigste, oder? Ja, erstmal, erstmal, das sah so aus, als ob es nur ein TNT war. Und auf einmal waren es so viele. Einfach tausend Stück oder so. Okay, ich würde sagen, zünd das nächste an. Okay, mach ich. Das hat sich einfach tausendmal multipliziert, Freunde. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Und wir machen weiter mit einem Rainbow-TNT oder mit einem Wolle-TNT. Naja, Uckri, du kannst es mal wieder zünden. Und zack. Na gut. Und los geht's. Äh, das sieht irgendwie friedlich aus, das TNT, oder nicht? Okay, du musst werben. Das kann doch nicht wahr sein. Äh, das war friedlich. Und das ist jetzt hier ganz viel graue Wolle. Okay. Ja, du hast recht, Uckri. Oh Mann, hätten wir das irgendwo anders gezündet, dann wäre es ganz viel grüne Wolle auf Gras, glaube ich. Ja, das könnte wirklich sein. Hä, wirklich? Das ist ja aber ultra heftig. So lange geht dieses TNT. Das habe ich ja selten gesehen. Wow. Wie weit sind die Meteoriten bitte sehr geflogen? Egal, Uckri. Lassen sofort weitermachen mit dem Nächsten. Und das ist eine Clusterbombe? Was das sein wird? Ich weiß es nicht, Freunde. Aber ich glaube, da sollten wir jetzt ganz schnell wegrennen. Okay, wir rennen weg, wir rennen weg, wir rennen weg, wir rennen weg, wir rennen weg. Wir rennen schnell weg, Uckri. Komm, schnell, schnell, schnell. Wow. Ah, nein, Uckri, was passiert da? Hast du es gesehen, Simlaki? Ja, ich habe es gesehen. Da sind ganz viele kleine Bomben rausgekommen. Aber ich fahre ein bisschen weit weg, deswegen habe ich es nicht so gut gesehen. Okay, geil, lass uns das Nächste zünden. Okay, jetzt müssen wir aufpassen, Uckri. Das ist das chemische TNT. Und ich glaube, das ist wirklich mit Abstand das Heftigste, was wir bis jetzt hatten. Es hört sich auf jeden Fall gruselig an. Okay, wir zünden es an und lassen uns in diese Richtung rennen schnell. Okay, ich renne weg und... Wow. Was ist denn jetzt hier passiert? Ja, Uckri, ich habe es gesehen. Dieses TNT hat sich einfach durch den Boden gefressen. Siehst du das? Ja, das ist einfach explodiert und hat sich in eine Richtung gefressen, in die andere Richtung. Das ist einfach ein Malwurf, nur in ganz viel. Ja, du hast recht. Ganz viele Maulwürfe waren das. Oha, das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist jetzt was ganz Besonderes, nämlich das Lava-Ozean-TNT. Und du weißt ganz genau, Lava mit Wasser. Ich bin gespannt, wer gewinnen wird. Lava-Ozean gegen Lava-Ozean. Okay, und los geht's. Los geht's. Das Lava-Ozean-TNT versus normales Wasser. Was wird gewinnen? Oh, okay. Und es explodiert gleich... Oh, Uckri, was machst du? Warum gehst du nicht weg, Uckri? Oh nein, Uckri... Oh Mann, Freunde. Okay, jedes Mal dasselbe. Aber schaut euch das einfach mal an. Wie viel Lava hier bitte sehr gespawnt ist. Und das ist wirklich nicht wenig. Und unglücklicherweise ist das ganze Sand mit runtergefallen. Uckri, wo bist du? Ich bin hinter diesem Lucky und schaust dir an. Ich würde sagen, Wasser-Ozean hat gewonnen. Wasser ist viel cooler als Lava. Nein, Lava hat das Wasser zu Obsidian verwandelt. Oder zu Stein. Naja, okay. Wie auch immer. Wir machen jetzt weiter mit dem Kiesfeuerwerk. Kiesfeuerwerk? Okay, na gut. Kies auf Sand. Mal schauen, was passiert. Und let's go! Wow! Oh, äh, was ist hier passiert, Uckri? Das ist ganz nach oben geflogen. Und dann kam eine riesen Kies-Explosion dort raus. Ja, ich hab's gesehen. Das war richtig cool. Egal, wir machen jetzt sofort weiter mit dem Physik-TNT. Jetzt bin ich gespannt, was hier passieren wird. Uckri, bist du bereit? So, TNT? Was soll das denn sein? Also, Physik ist auf jeden Fall sehr schwer in der Schule. Ja, da ist auf jeden Fall recht. Und wow! Okay, das hab ich noch nie gesehen, Uckri. Was passiert hier? Oh nein, oh nein, oh nein. Wie viel ist hier? Oh, oh. Alter, Alter. Alter, Uckri, hast du das gesehen? Junge, Junge, Junge. Was? Das würde ich gerne noch einmal zünden. Du nicht? Ja, ich eigentlich auch. Aber unglücklicherweise haben wir nur jedes TNT einmal vorhanden. Na gut, dann lass uns das nächste zünden. Okay, und wir nähern uns dem ultimativen Nuklear-TNT. Okay, Uckri, ich hab mir gedacht, wir gehen zu diesem Berg. Nämlich hab ich hier das Erz-TNT. Und ich bin gespannt, was passieren wird, wenn wir es neben einem Berg zünden. Okay, und zack, los geht's. Ey, ich bin so... Hä? Das hat schon aktiviert. Oh, es aktiviert sich wirklich schon. Und das bauen ganz viele Erze, Uckri. Das ist einfach ein Cheat. Das ist wirklich ein Cheat. Schau an, wie viele das sind. Und hier ist sogar Quarz. Diamanten. Und Rizzle. Let's go, Freunde. Wie cool ist bitte sehr dieses TNT? Ich liebe Diamanten. Lass uns weitermachen. Okay, Uckri, schreibt mal in die Kommentare, welches TNT ihr bisher am besten fandet. Ich werde mir alles durchlesen. Und jetzt machen wir weiter mit dem schwebenden TNT, okay? Äh, schwebendes TNT. Lass uns richtig abhauen, okay, Sermak? Ich glaube, das ist richtig schlimm. Und zack. Ja, das wird auf jeden Fall schweben. Ja, das tut es. Und wow. Okay. Äh, Uckri, ich glaube, das war bisher das heftigste TNT. Ich hab gar nichts mitbekommen. Wow, äh, schau dir das einfach mal an, Uckri, was hier passiert ist. Oh, Mann, oh, Mann. Ey, das ist sowas von krass. Okay, das ist direkt das nächste TNT. Und jetzt ist, glaube ich, schon extrem, extrem cool. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, das war das heftigste TNT bisher, Freunde. Was meint ihr? Egal. Wir machen jetzt mit dem Atommüll weiter. Okay, was da passieren wird, ich weiß es nicht. Okay, aber lass uns schon mal wegrennen. Atommüll? Was soll das denn sein? Okay, ich zünde es mal an. Und zack. Abhauen. Okay, wir müssen schnell abhauen. Aber ich will es auch beobachten. Und was wird dir passieren? Wow. Und weißt du was? Die Säure frisst sich gerade überall durch, Uckri. Ah, schau mal, was passiert, wenn du reingehst? Okay, warum gehst du da auch rein? Nein, ich bin auch drin. Und ah, mir geht es gar nicht gut, Uckri. Ich bin vergiftet. Oh nein, oh nein. Trink schnell mit, trink schnell mit. Oh, geht es dir wieder gut? Alles gut, mir geht es wieder gut. Aber schau dir das mal an. Diese Säure frisst sich jetzt die ganze Zeit durch. Wahrscheinlich bis zum Bedrock. Ich bin gespannt, was jetzt auf uns zukommt, Simlaki. Ja, genau. Und zwar das letzte TNT, Uckri. Wir haben nämlich schon alle gezündet. Genau. Und das ist das nukleare TNT. Ähm, sicher, dass wir das hier vorne im Villager doch zünden sollen? Ähm, ich glaube, hier gibt es keine Villager mehr. Oder? Ist hier jemand zu Hause? Nein, okay. Wir zünden das TNT. Äh, warte, warte. Bevor wir das zünden, schau dir das an. Nimm die OP-Rüstung, die ich mitgenommen habe. Und zack, zack, zack. Und zack. Oh, wow. Äh, wieso hast du es nicht schon von Anfang an gegeben? Das wäre viel besser. Naja, und du hast sogar noch ein Schild. Gib es mir auch. Nimm vielleicht das Schild auch noch mit. Ich glaube, das wird jetzt richtig krass. Okay, auf 13. Wir das nukleare TNT, Freunde. Uckri, bist du ready? Eins, zwei und drei. Uckri, renn weg. Schle, 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 Freunde. Wir müssen hier weg, Uckri. Blocken, blocken, blocken. Und wann wird es passieren? Was passiert jetzt? Äh, Simlaki? Äh, ich weiß es nicht. Und, ah, wow. Äh, äh. Was passiert jetzt, Freunde? Ah. Oh nein, Freunde. Ich glaube, mir geht es gar nicht gut. Okay, Freunde. Ich würde sagen, falls ihr mehr sehen wollt, verlassen ein Abo und ein Like. Da schaut doch unbedingt bei Uckri vorbei. Und jetzt, ciao, ciao.